So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spyro Drag, Gear of the Drag. Äh, ja. Jetzt ende ich mit neuem Mikro und Lag. Wieso? Hör auf, Fraps. Seid brav. Dankeschön. So. Ich hoffe, ich rede nicht zu laut, weil, äh, ganz ehrlich, ich hab hier so jetzt so diese schönen, bequemen Kopfhörer auf und deswegen hab ich manchmal das Gefühl, ich rede ein bisschen zu laut. Aber gehen wir erstmal zur Bauernstraße. Wir wollen ja nicht viel Zeit verschwenden, ich will ja wieder ordentlich was schaffen hier. Oh, ich bin schwer verrotzt, wie sonst was. Moment mal, jetzt hab ich diese Kopfhörer auf, ich kann meinen Hut nicht mehr aufsetzen. Scheiße. Egal. Hey. Spyro, Rinoxe ärgern uns schon den ganzen Tag. Die Arbeiter konnten nicht genug Bambus für den Kreisel ernten, der dich zum Abendzieh bringen soll. Wir haben sie gebeten zu gehen, aber reden hilft bei denen nichts. Alter, bist du übertief? Nimm weniger Zucker. Äh, achso. Okay. Ich hab mich grad gar nicht bewegt, aber egal. Okay, erstmal wieder einsammeln. Ich hoffe, wir kommen jetzt endlich mal wieder über die Diamantengrenze, so dass Geldsack uns hier nicht wieder alles abnimmt. Es gibt hier nämlich schon wieder 500. Oh ja. Geh weg. Ja, ja, bin sofort da. Ich muss hier nochmal, ich muss hier nochmal Terror machen. Ich muss wissen, dass ich abfackeln kann. Okay, die Musik ist hier geil. Äh, äh, äh. Oh, hallo. Wow. Total. Ist aber echt ein bisschen krass, euch denn, also, jetzt das Ganze noch so zu hören. Überlegen. Ich nehm jetzt mal einen ab. Obwohl, nee, das ist scheiße. So, ich setze es, ich setze wieder beide Kopfhörer auf. Also, ja, beide, beide Ohrmuscheln. Gewöhnen sie es. Ach, du wirst noch gejagt. Brr. Aber allein schon, sie ärgern uns den ganzen Tag. Das ist wie Cybermobbing. Allgemein wie Mobbing. Bleh. Ist genau wie Lag. Oh Gott, ey. Dann so ganz kleine Frame-Drops. Was soll denn? Soll ich gleich mal Firefox noch ausmachen? Aber das frisst doch nichts. Ey, mein, mal ganz ehrlich. Firefox? Ne. Brr. 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 Okay, es sieht aber hier alles relativ übersichtlicher aus. Und alter, man wird ja hier schon so regelrecht überhäuft. Das ist traurig. Obwohl, doch. Da locker. Dwight. Dwight ist ne Nudel. Olle Nudel. Alter, 61. Wie viele gab es hier nochmal? Zu viele offenbar. So. Erstmal außenrum. Da wird schon wieder einer gemobbt. Panda-Mobbing. Das ist echt Panda-Mobbing. Alter. So. Tschüssi. Boah, ich stehe irgendwie voll auf die neue Mikroqualität von mir. Einer meinte zwar, das ist hier irgendwie gar nicht anders, aber ich finde das irgendwie derbe. Irgendwie derbe, ja. Man liest doch jetzt ab sofort immer die ganzen Zahlen in Derbe. Boah, ich hab zwei Derbe bekommen. Bin schon gespannt, wie viele Derbe in diesem Fossil sind. Oh, fünf Derbe. Boah. Und hier nochmal insgesamt sechs Derbe. Boah, voll Derbe. Okay, genug Gedärbe. Verderbe. Gedärme. Ja, guck mal, tschüss. Fünf Derbe. Okay, ich hör auf. Nein, keine fünf Derbe. Fünf Spar-Terra. Ah, okay. Die Brücke. Moment. Hab ich da jetzt noch was bekommen? Ich hab den noch abgefackelt. Ich hoffe doch. Wäre geil, dann hab ich das Spiel geglitscht. Yay. Okay, da ist gleich noch was am Wasser. Erstmal das viel überrasen. Und. Oh, 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 oh. Oh, oh. Alter. Vier Leben. Guten Appetit, Sparks. Boah. Das heißt ja nur, gerade nicht, ob die gespeichert werden. Ich glaube nämlich, nein. Und dann ist das jetzt nämlich scheiße. Warte, ich hab ein Leben vergessen. Jump. Zehn. Boah, zehn. Obwohl, nee. Ich hätte das Leben doch nicht einsammeln sollen. Ich hatte neun. Neun ist viel epischer. Ich hab mir eine geraucht. Boah, 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 boah. Wie bist du denn schlecht? So, tschüss. Und da ist noch was. Alter. Ich suche ja alles hinter... Aua. Hinterher. Äh, da ist noch was. Aber da komme ich so jetzt gerade nicht hin. Gehen wir da lang. Ist da unten? Ja, da unten ist was. Okay, ich dachte, die Strömung würde mich jetzt hier total wegfetzen und zerstören, aber... Achso, das ist hier so eine Art kleiner Pool. Okay, okay. Wee, Delfin! Da. Oh ja, du bist schnippert, ne? Schnippert das kleine Krokodil. Also, äh, gut, äh, äh, ich bin aber noch voll fertig von der Arbeit, ey. Heute war so ein richtiger Scheißtag. Kennt ihr solche richtigen Scheißtage, wo ihr einfach auf die Arbeit gar keinen Bock habt? Das war heute. Ganz ehrlich, eine Katastrophe folgt die nächste. Ich hasse das ja. Hey, Dude. Es wäre uns eine Ehre, wenn du dies hier als Zeichen unserer Anerkennung annehmen würdest. Hey, shit, Digga. Tom. Oh, Tom ist episch. Tom ist echt episch. Oh, die Fluchtbrücke. Warum habe ich nicht eher daran gedacht? Ich werde sie sofort öffnen. Dumm. Yo, hau ab. So. Damit hat ihr aber auch, glaube ich, gut schon was in dem Level geschafft. Nein, ich will hier nicht raus. Oh, wir können das Level noch gar nicht abschließen. An alle Abenteurer. Es gibt hier keinen Yeti. Und es hat auch nie einen gegeben. Das ist nur eine Legende. Jedenfalls für euch, die Zauberin. Fuck. Ich kann das Level noch gar nicht abschließen. Okay, aber dann machen wir schon mal so weit, wie wir können. Und den Rest holen wir uns dann später. Erstmal hier. Oh ne, das ist so ein Ding. Genau. Das Ding portelt sich nämlich immer woanders hin. Knäpfige, kleine Bastarde. So. Aber wir holen uns schon mal so weit alles, wie wir können. So, dass wir dann nachher nur noch da einmal rein müssen. Und dann haben wir das auch. Ich denke mal, so ist das ganz gut. Jetzt ist da was. Aber ich möchte vorher noch was anderes... Wie viel fehlt mir eigentlich noch? Ich habe doch einiges schon gefunden. Schlage dich zum Berggipfel durch. Okay. Gucken wir mal. Wird schon irgendwie machbar sein. Wow, wo kommst du her, Dude? Du kleiner Mistkerl. Ich hasse ihn jetzt schon. Von der kostet mich Leben. Wuhu. Oh, komm her, du Bastard. Komm her. Mann, der ist gut. Alter. Und wie? Wie soll ich denn den kriegen? Der ist doch viel zu schnell. Alter, der ist echt viel zu schnell. Der ist viel zu schnell. Okay, aber... Irgendwie... Ah, okay. So viel zu spielen, du kleiner Hurensohn. Okay. Damit kann ich leben, Mann. Damit kann ich leben. Ich kriege dich schon noch. Wie Gargamel hier jetzt. Weißt du, aber wenn ich mich ewig damit aufrege. Und wenn ich irgendwann einen Herzinfarkt daran kriege. Ist mir egal. Das wird... Halt die Fresse! Boah, ernsthaft? Was sollte das denn gerade? Musstet er mich anlabern? Was laberst du mich einfach an? Boah! Boah! Alter, Kopfgrind! Yes! Gekriegt! Arschloch! Ja! Pee-wee! Oh Gott! Wind! Zapp! Yay! Awesome! Habe ich da jetzt... Ja stimmt, eins müsste es jetzt noch geben. Weil es gibt jetzt einmal noch den Yeti und jetzt muss es so noch eins geben. Zumindest habe ich da einen Weg gesehen. Es sei denn, es ist nur... Moment mal! Erstmal, bevor wir jetzt dieses Bonus-Ding machen... Alter, ich höre mich selber nur voll stumpf. Deswegen ist das so ein bisschen merkwürdig für mich. Wieso ist das Ding jetzt weg? Jetzt haben wir ihn nicht. Ich muss das, weil ich gestorben bin. Ne? Ach, Spiel! Äh... Dann nochmal. Wow! Modisch! Zehn Punkte Bonus! Yay! So. Wieder einfach mal die Musik kurz ausgeht, ey! Eherter Sache, das Ding ist wieder neu. Woo! So. Jetzt aber. Machen wir uns da mal ran. Wee! Und du! Tschüssi! Ah, natürlich komme ich hier nicht hoch. Wie mir denken können. Au! So. Wap! Jetzt ist es da wieder. Oh, je. Wee! Ich mache es so unnötig knapp. Oh, Delfin-Modus. Entschuldigung. Jetzt da. Oh mein Gott, ist das schwer. Ich weiß gar nicht, wo das sein könnte. Man hat es ja auch gar nicht nochmal gehört, oder? Ich zumindest nicht. Tschiesch. Habt ihr es bald. Einmal ganz rum, ey. Boah. Einmal durch das Date. Boah. Oh, Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey. So viele Derbe. Hab ich hier viele Derbe gerade bekommen, ey. Voll Derbe. Wie öffne ich jetzt Derbe sagen. Zählt wahrscheinlich keiner. So Derbe ist das. So. So, was ist das? Oh, nein. Bitte hilf uns, Spyro. Meine Freunde wollen nach einer langen Schicht auf den Feldern nach Hause. Aber diese elenden Rhinoxe stoßen sie immer um. Kannst du die Panda-Arbeiter retten? Bäh. Spring bitte auf. Pass auf, dass du die Rhinoxe röstest und nicht meine Freunde. Darf ich beides? Das ist das. Gut, dass das Ding Explosionsschaden macht. Oh, oh. Oh, oh. Hä? So. Oh. Wie extrem der ist. Also, der hat ihn gestoßen. Jeez. Der hat ihn einfach gepupst, ey. Der hat ihn angefurzt, man. Genau. Oh, das war so ein Bullshit. Ich hab ihn nicht gepasst. Ja, dann stirb doch. Und fall aufs Wasser. Wie unlogisch. Ich merk jetzt erst, dass ich ein Loch in der Socke hab. So. Oh, mein... Oh, ich bin so fertig. Mein Bein tut weh. Aua. Hi, Masaya-Gin. Da geht doch. Mach mich auch so eine Mühe. Gatlingon! Oh, ne. Gatlingon geht gar nicht. Viel zu langsam. So. Jetzt der da. Und jetzt der da. Der da von Gerda. Jetzt da. Ja, komm. Ey, das ist doch so kacke.